Hallo und so Leute, kleine Ankündigung, Stream, 19 Uhr, wollte testen wegen der neuen Leitung, ob League of Legends so drin ist, da eine League of Legends so der meist länger dauert und es nicht bei einer bleibt, wird es heute wahrscheinlich ein dauerhafter League of Legends Stream. Kann aber sein, dass ich später nochmal umswitche, aber das würde ich dann auf Twitter bekannt geben, würde dann posten, ja, wir spielen jetzt doch was anderes. Und, ja, ich wünsche einfach euch viel Spaß, wenn ihr mit zuschaut und freue mich schon auf euch im Chat und bis dann Leute, ciao, ciao, cheerio.